Hallo und Willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch die Namen der kleinen Meerschweinchen verraten. Ach Nala, zeig sie doch mal her. Da sind sie. Erstmal blende ich euch noch was ein und zwar ein Kanalbanner, welches mir jemand mal gemacht hat. Und das wollte ich einfach mal in einem Video erwähnen und verwenden und das blende ich jetzt mal kurz ein. Ja und dann gibt es noch kurz was anderes zu erzählen. Ich war neulich wieder mal im Netto und da haben zwei Kassiererinnen tatsächlich über mich gelästert, als ich reinkam. Da sagte die eine so, ah ja jetzt fehlt ja bloß noch der Herr sowieso, also ein anderer Mann. Und dann sind alle Kunden von der späten Sorte sozusagen durch gewesen. Und ja, dann als ich dran kam, da haben sie dann gesagt so, äh, da haben sie sich auch über mich her gemacht und alles zu zweit. Und dann habe ich bezahlt und dann, da waren da gerade mal ein paar 15 Stücke und Kleingeld so ein bisschen dabei. Da sagte die eine, oh das ist aber eine Unverschämtheit. Unverschämtheit hier. Ich dachte, ich spinne. Ich habe dir extra noch angeboten. Äh, ich, wenn sie wollen, zahle ich auch lieber mit Karte und so. Nee, äh, hatte das gezählt, Unverschämtheit und so. Ich dachte, ich spinne, ey. Ja. Na gut, okay, egal. Gut, dann wollen wir mal hier anfangen mit den kleinen Mäerschweichen. So, Nala. Wir werden jetzt mal die Namen verraten, nicht wahr? Ja. Gut, da habe ich jetzt Nala erstmal weggenommen, damit ich hier in Ruhe arbeiten kann. Ja, die Ruhe ist jetzt leider nicht mehr so, aber egal. Okay, wer will zuerst? Wer will zuerst? Ah, ich nehme jetzt einfach mal den hier. So. Das ist ein Männchen. Ja, das ist so schön braun-weiß. Und es ist Leo. Du heißt jetzt Leo. Tschüss. Gut, die nehme ich gleich mal. Komm mal her, du. Und das ist ein Weibchen. Schön mehrfarbig gestreift hier, Brauntöne. Und, komm mal her. Du heißt jetzt Nora. Dann nehme ich mal jetzt hier den hier. Komm, komm. Nicht abhauen. Und, wie sieht das aus mit dem Auge? Das sieht schon viel besser aus, nicht wahr? Und das ist der kleine Jimmy. Jimmy. Ja. Auch ein Männchen natürlich. Dann haben wir hier die Rosetten. Und dieser kleine Mann, da ich auch immer Namen verwende, die nicht menschlich sind. Und dann habe ich eben den hier Putzi genannt. Wie Boss, die hatte ich schon. Oder Porzel, Peanut und so weiter. Das ist der Putzi. Und zu guter Letzt. Diese hier, die junge Dame, hatten wir noch nicht. Und, das ist ein Mädchen. Eine Rosette. Dreifarbig. Und das ist die Chiara. Wie hieß du gleich nochmal? Ach Jimmy. Okay. Dann Chiara. Wie die Tochter von Ala. König der Löwen, sozusagen. Und Chiara heißt so die Schwarze. Deswegen habe ich die Schwarze, das so genommen. Okay. Das war es mit dem Video. Die werden mir hier ganz schön wild. Und dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Jimmy, du kommst gleich. Wieder zur Mama. Ich kann nicht aufhören zu filmen.